Die Immuntherapie bei Lungenkrebs ist ein neues Behandlungskonzept, in dem wir versuchen, die körpereigenen Immunabwehrkräfte so zu steuern und zu beeinflussen, dass der Tumor durch das eigene Immunsystem angegriffen und bestensfalls vernichtet wird. Das braucht ein paar Antikörper, das sind Eiweißstoffe, die letztendlich eine Kommunikation, eine Verbindung, eine Interaktion zwischen dem Immunsystem und dem Tumor unterbinden, indem dort eine Bremse dann inaktiviert wird. Diese inaktivierte Bremswirkung führt dazu, dass das Immunsystem seiner eigentlichen Aufgabe nachkommt und den Tumor angreift. Das ist extrem erfolgreich. Mittlerweile sollte jeder Lungenkrebspatient mit einem sogenannten nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom eine Immuntherapie im Laufe seiner Patientenkarriere erhalten. Es gibt wenige Gründe dagegen und deswegen ist die Immuntherapie bei Lungenkrebs angekommen und jeder Patient muss zumindest darüber beraten werden, was das ist und wie das funktioniert und erhalten. Die Krebsimmuntherapie setzt man ein, wenn ein sogenanntes nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom vorliegt und zwar entweder im Stadium 4, das ist das metastasierte Stadium, oder wenn man beim Stadium 3 nach einer Strahlenchemotherapie ein gutes Ergebnis hat, dann kann man für ein Jahr auch ebenfalls eine Immuntherapie machen und grundsätzlich gilt es bisher für die nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome, was eine Unterform des Lungenkrebs darstellt, aber die häufigste. Die Aussichten und die Prognose bei einer Immuntherapie verändern sich für ein Patientenkollektiv enorm. Es gibt mittlerweile Patienten, die auch auf Dauer trotz eines metastasierten Lungenkarzinoms, das heißt mit Absiedlung im Körper, eine lange Zeit überleben können. Und diese lange Zeit, die kann sogar über zwei Jahre hinausgehen und auch über die Behandlungsdauer hinausgehen. Wie lange das letztendlich ist, das wissen wir noch gar nicht so genau, weil es auch sehr neu ist. Wir gehen aber davon aus, dass wir bei einer Großzahl der Patienten die Erkrankung in eine Art chronische Erkrankung umwandeln können.